hey leute was geht willkommen zu einem video mit dabei ist der liebe ach ne warte mal hey leute was geht willkommen zu einem video wir spielen heute wieder human fall flat mit dabei ist wieder der liebe eismann das ist mutig was mit dem motorboot hoch mit dem bruder nach vorne ja warte mal ich stehe ein bisschen scheiße mit dem bruder nach hinten eintauchen und nach vorne latschen hoch und das gleiche noch mal aber da kommt man bis zum siegeln hier kann man latschen nicht in das ruder warte ich stehe warte musst uns abstoßen nicht abstoßen keiner drauf das ruder bleib mal zum motorboot ja hab ich vor ich brauch das ruder erstmal wieder halt mal segel fest ziehen wir das segelstrau mal hier hier wo bin ich ich bin auf der anderen seite des bootes reden wir wegen dir wo sind wir schnell alter mit die mit die 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 in die 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 ganze rechte seite ist das hoch und schieben es dann ins wasser hoch damit also wie stark alter und wie stark sind können mutter hochheben oder holst du mich ab du bist ein bisschen ziemlich weit draußen auch kein rückwärtsgang dankeschön dann siehst du mal was ich meine das ding muss anfassen würde mich vor das ding stellen ja das hatte ich viel Das wird ein bisschen rausschieben, ne? Ja, reicht doch. Das ist leichter, das ist nicht so tief. Okay. Geh mal ins Heck. Ja, ähm. Ich hab gesucht. Ja. Ich komm ja nicht mehr hoch, nein, das funktioniert nicht. Fahr mal ein bisschen näher an das Floß hier ran. Ich weiß. Danke. Fahr du mal. Ist ja ganz schön schnell eigentlich. Ja, in der Richtung. Ja. Das ist ein Felsen, Karin. Das ist ein Felsen, Karin. Das ist ein Felsen, Karin. Karin. Das ist ein Boje. Das ist ein Boje. Das ist ein Boje. Oh Gott, was? Du standst am Weg, ich wollte dich überlenken. Ja, ich werde dich nach hinten gehen. Ich gehe nach vorne und werde mich nach hinten gepusht. Oh, leg mal ein Boot an. Am großen Tanker. Du solltest nur anlegen, nicht das ganze auseinander nehmen. Habe ich doch gar nicht. Und hoch da. Oh ja, das kann man steuern. Rauf? Nee. So. Rauf? Und... Ja. Keine Ahnung, wohin wir müssen. Hier sind zwei Knöppe. Hast du hier? Hast du schon, oder? Nein, nein. Soll ich? Achso. Ja, warte. Alter. Boah, ist das schnell, Alter. Ich komme hier nicht hoch. Ich glaube, wir müssen... drehen. Was ist das dringend hier? Zwei Motoren. Zieh den mal nach hinten. Zieh den mal nach hinten. Achso. Ja, wir müssen nach da vorne. Wo hin entlang. Ja. Drehen, 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 drehen. Hartgas, ab nach vorne. Fahren wir? Ja. Oder? Fahren wir? Ja, wir fahren. Langsam. Machst du. Lass den ganz nach vorne kriegen. Ja, jetzt fahren wir auf jeden Fall. Warte mal, ich nehme mal ein bisschen Gas runter weg von mir. Bisschen bisschen drehen. Volle Granate. Team. Jetzt Vollgas. Wir nehmen hier alles mit. Weißegal. Wir nehmen alles mit. Die Boje, die arme Boje. Weiß mal auf die Boje, Alter. Die hat keine Gefühle. Gehört. Gehört. Wird direkt von... Ja, Leute. Ich bin auf dem Container gelandet. Hallo. Hallo. Wollen wir weiter? Ja, sonst müsstest du da rein. Ich muss einen Tick nach links. Nach Backbord. 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 Ja, allein ist es ein bisschen schwer hier. Aber egal. Ist gespeichert. Auf Land. Karim, nicht nur aufs Speichern achten. Boah, kann man den Kran auch fahren? Ich denke. Ich denke mal, man kann hier alles fahren, soweit. Ja, aber man kann den fahren. Da stehen Container, den müssen wir wahrscheinlich umstellen. Hintergeh mal. Scheiße. Knöpfe. Ja, hier sind drei Stück. Warte, warte. Okay. Warte mal. Ach Gott, ich komme hier nicht hoch. Ach Gott, warte mal. So, jetzt. Okay, warte, wenn du jetzt hier oben stehst, weiß ich nicht. Okay. Der Rechte ist hoch-runter, ne? Also der von... Meine Dinger sind selbsterklärend. Kommen wir nach vorne. Okay, nichts mehr. Nach vorne. Jetzt musst du weiter erstmal wieder zu mir, Gabel. Schick. So? Ja, ja, weiter, weiter, weiter. Okay. Oh, knapp daneben. Okay. Schick. Guck, was man hier überhaupt machen muss. Ich glaube, wir müssen da hoch. Hier ist wieder hoch müssen. Schick mal. Ich glaube, den hier brauchst du. Wen? Ganz kleinen Container hier ganz vorne. Wo ist denn... Welcher denn? Der auf dem Schiff, Karim. Ach, der auf... Schiff hier auch noch angelassen. Läuft gerade selbstständig in den Hafen ein. Oh, ähm... Ähm... Ich habe hier einen blauen Container angehängt. Ja, das sind beide drinne. Warte mal. Das war nämlich nicht die Antwort auf meine Frage. Ach so. Du meinst das Boot? Äh, ja. Ich glaube, du musst das hier vom Boot... Ja... Das muss ich vorhin. Meine oben auf den blauen drauf. Na super. Ich muss erst mal den blauen wieder abstellen. Warte, warte mal. Lass mich mal angehakt. Okay. Dann lass mich mal auf den blauen drauf. Mal sehen, ob du mich da rüberfahren kannst. Ja. Warte, ich fahr den mal runter. Warte, warte mal. Hoch da. Jupp, bin drauf. Hoch. Hoch. Ja, Moment. Hoch, gar nicht. Hoch. Hoch! Und rüber. Reicht schon, reicht schon, reicht schon, reicht schon. Ich bin schon viel zu... Ja, oben drüben. jetzt hier machen das ist aber eine schöne aufnahme darin ja wo bist du da bist du wohl gefallen ich glaube unter wasser hier ist ein tor kriegt man das auf ja und ich bin durch wo bist du da wir müssen die kisten hier holen wahrscheinlich das sind einzelne kisten das sind gar keine kompletten alle einzeln wo hin müssen wir hier oben bei den hangers denk mal hier hin gut 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 Kommt man zwischen den Stäben durch, oder was? Ja, ne, ne, oben drüber. Was machst du denn da? Ich ging fest. Ich ging wirklich fest. Ich zieh dich, ja? Ich zieh dich. Ja, durch da! Ich glaub schon. Nimm ab! Du musst doch abnehmen ein bisschen. Rampolin, Junge. Komm ich auch nicht mit zurück. Entschuldigung, ich stacke. Ich wusste nicht, dass das für uns beide ist. Gut, das müssen wir jetzt machen. Warte mal. Oh, oh, oh. Ich glaub wir müssen den Haken, der hier hängt. Ich glaub wir müssen den Haken, der hier hängt. Ja, wir müssen das Loch bringen, damit wir die Kurve... Hey Geronimo! Okay, ich sterb. Danke dir. Nicht runter! Nicht runter! Nicht runter! Und den Haken, Haken? Ja. Ja, Haken ist drauf. Ich steh ihn hier hinten fest. Kommt man jetzt hier weg, wenn das Boot weg ist? Ne? Kommt man jetzt hier weg, wenn das Boot weg ist? Keine Ahnung. Warte mal. Du verstehst nicht, das Boot fährt mich weiter. Hey. Ja, ja. Na du? Ja, ja. Na du? Ja. Oder halt auch nicht. Jetzt geht's los hier. Ähm. Okay. Ja, gut. Ähm. Viel Spaß bei der Fahrt. Oh Gott, das ist gar nicht mehr so leicht, was wir hier machen müssen. Nee. Du machst das schon. Geht das? Äh, es geht nicht. Wieso geht das nicht? Weil ich schon dran vorbeigefahren bin, wo wir hier nicht hin müssen. Ach so. Oh, es ist knifflig. Es ist ziemlich einfach. Hm? Es ist ziemlich einfach. Ach so. Geht jetzt hier los. Einhaken. Kann dann links kommen. Ja. Ja. Da müssen wir erstmal hinkommen. Die sind karg nicht runter. Ah, jetzt. Jetzt. Ach Gott. Ja. Ja. So, wo müssen wir hin? Willst du den Haken nicht drüber machen? Kann es sein, dass wir jetzt... Lennu? Worüber? Über deinen Chef? Nein, wieso? Das... Nur zusammen. Ja. Voila. Ah ja, wir müssen noch weiter links, wir müssen in den Kasten... Achso, wir müssen... Jetzt... Stell dich auf die Platte! Ja, gut, ähm... Ich dachte eigentlich, dass wir den, äh, dass die beiden Boote miteinander verhaken, weißt du? Ja. Damit, damit die halt zusammen fahren, weißt du, was ich mein? Ich mein, es ist, es ist, es ist bestimmt nicht umsonst gemeint, dass da ein Haken dran ist, weißt du? An dem anderen Boot auch. So, Achtung, Kari... Woll auf den Kopf gekriegt... Sorry... Doi... Ist drüben... Ist dran... Wo bist du? Hier hinten... Wo? Warst du da? Hi... Ach du mal, wer von Rücken gekippt ist, als du rübergeflascht bist... Haha... Ähm... Du? Nein... Ich hab nur den falschen Step gemacht... Als das Ding in die Kurve gefahren ist... Oh... Ja gut... Ähm... Was jetzt? Ich hab keine Ahnung, probier's auch schon... Okay... Ich hab's verkackt... Bin in den Leben gesprungen... Ich würde sagen, machen wir erstmal hier einen Cut rein... Das geht jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde... Und... Ähm... Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video... Haut rein! Ciao!